Hallo, das ist wiederum der Chaos und 40 und mit dabei ist die Ronja. Hallo. Der Tops. Hey, hallo. Der Julian. Hello. Der Flo. Und hier unten der Schildkröte. Flo, warum sagst du nicht hallo? Übrigens, äh, hi. Ich bin der Flo, hallo. Bin jetzt nicht in Ordnung. Und mit dabei ist die Schildkröte. Ist ein Hacker, der gesagt hat, er löscht unseren Kanal, wenn er nicht mitspielen darf. Nicht Spaß. Die Schildkröte hat hier so einen kleinen Tumor in ihrem Kopf. Die Schildkröte ist der Schummel. Der Schummel hat meinen schon voll viel Ball. Und die Technik gemacht. Der hat alles, was ihr seht, gebaut. Selber mit eigenen Händen und eigenen Füßen. Die Maps nicht einfach. Egal. Auf geht's. Okay. Schummel ist die Fischur hinter Wolf. Ey, ich würde mal sagen, Schummel ist jetzt der Wolf, weil er hat die Map geboren, der hat sich bestimmt selber gerade Wolf gemacht. Davon gehe ich aus. Ich würde sagen, äh, ich würde Tops diese Runde sogar entlassen. Der Schummel ist immer wieder Brille. Das war sehr gut, dass du es eingefügt hast. Das war übrigens eine Idee, die, äh, Schummel, glaube ich, selber hatte, oder? Ich weiß gar nicht, wer richtig ist. Ich glaube, das kam aber auch auf den Discord. Ja, ja, die Zuschauer. Oh, ich hab so viel Cash. Schummel, äh, erklär mal, warum ist das da drin? Das ist nicht ganz, das ist illegal. Äh, ne, ne, überzeugt mich nicht. Ich spart das Wolken-Cast. Jedenfalls, ähm, Leute, wir dachten uns mal ein paar Spitalgäste, damit wir mal zu fünft sind, den Wolf. Wir stellen mal vor, für den Wolf, wir haben ja jetzt gerade Wolf, es ist um einiges schwerer, äh, vier... Aber ich hab das Gefühl, der Wolf gewinnt eh fast nie. Ach, der Wolf? Oder? Ja, seid nicht mal so sicher. Also, Tob's in der letzten Folge gewonnen. Ich spar Emeralds für einen Wolf-Sucher, by the way. Ja, check mal rechts bei mir aus, da haben wir letztes Mal eine Batman-Runde gemacht, auf der neuen Batman-Map. von der Batman-Filler, Batman, war richtig cool, und, äh, ja. Ich wünsche Schummel, ihr kennt all die Geheimnisse der Map, und wir nicht, und deswegen... Oh, ich hab eins gefunden. Hat er bestimmt einen Vorteil? Oh nein, ich hab's nicht hingekriegt. Ja, komm, lass mich. Ziemlich coole Sache, ich werde... Yes. Ich werde Schummel halt irgendwo in die Kiste, wo keiner jemals reinguckt. Ja, ein Ultraschwert reingepackt. Ein Ultraschwert? Was ist denn ein Ultraschwert? In irgendeiner Ecke, wo kein Mensch jemals nachstand wird. Hier ist so ein Dings und Mexiko, äh, Italien-Folge. Warum? Hier unten? Ey, Ampo! Das sind leere Kästen, das find ich nicht gut. Schreibt mir die Kommentare, dass irgendwo hier am Spot der Eingang ist zu so einem pinken Raum. Hab ich den weggeworfen? Schummel. Kannst du das bestätigen? Ja, Juni, Juni, äh, ein paar Leute haben es geschrieben, die wir Juni in der Folge geschaut haben, glaub ich. Oder hast du es hochgedacht? Ich wär enttäuscht. Ne, das war die andere Folge. Nee, ich komm mich ran. Okay, jetzt, äh, Jungs, Mädels, äh, äh, rausrücken. Wer ist der Wolf? Komm, äh... Also ich bin ein Schaf. Ich bin, ich bin nicht der Wolf, also ich, ich bin unschuldig. Aber, oh, du bist nicht der Wolf, aber das heißt auch nicht, dass du gleich ein Schaf bist. Vielleicht bist du ja... Was heißt das denn dann? Bitte. Vielleicht bist du ja der Tiger. Neue Kategorie, Leute. Der Tiger. Oh, ich hab's gefunden, ich hab's gefunden, ich hab's gefunden. Oh, was hast du schon gefunden? Kein Gang. Warum find ich ständig leere Kisten? Oh mein Gott. Ey, Schummel, Schummel, du bist es ab sofort, ob das willst du nicht, du bist es YouTuber. Kennst du, du musst kommentieren? Oh Gott, ja. Du musst das Spiel geschehen. Genau. Was passiert in deinem Spiel geschehen als Wolf so? Wie ist das für dich? Ich hab hier in der Spielzeugkiste ein Papier gefunden, das heißt Dodo Spielzeug. Was heißt das? Dodo. Äh, ja, Insider. Also... Was ist das für ein Insider? Ich kenn den nicht. Ja, das ist ein... Äh, Tops weiß doch, warum es geht. Ja. Wirklich? Ja. Oh, jetzt. Okay. Liebe Freunde der Nacht, ich kaufe einen Wolfssucher. Ganz ruhig. Und suche damit, es ist Tops oder Julianus 33. Okay. Es ist Tops, es ist Tops, es ist Tops. Es ist Tops, es ist Tops. Wir verprügeln jetzt Tops. Also, auf meiner Seite. Ich weiß doch nicht immer sein, oder? Doch. Nein, nein, nein. Ey, ich will sagen, es ist entweder Tops oder Julian. Ja, wow. Flo. Wie kommst du zu dieser, äh, geistreichen... Würde ich sagen. Okay. Ich kaufe mit Julian. Ich habe... Julian! Okay. Ich glaube definitiv, dass es Tops ist. Weil Julian... Schummel! Ich habe einen Bug gefunden. Wenn man Rogue rüst um kauft, kriegt man zweimal Stiefel statt einen Helm. Ha! Ja! Ha! Ah! Ah! Nicht in diesem Ton. Das ist eine christliche Folge hier. Das ist christlicher Minecraft-Server. Das darfst du nicht, sonst wird mir wieder gesperrt. Schummel, wenn du es nochmal machst, dann wirst du gebannt von Michael Wolf, okay? Oh mein Gott! Wirklich? Ich, äh... Was ist das für ein Schwert? Du hast eine Dings, Garam? Wenn jetzt irgendjemand entweder Tops oder Julian wollt, oh, Ronja greift mich an, liegt es daran, dass ich sie angreife, weil ich den Verdacht habe, dass einer von den beiden Wolf ist und ich einfach beide töten würde. 13. Was? 13. Nein. Was? Okay. Schummel, ich wollte dir gerade ein Secret zeigen. Das ist aber nett von Flo, dass er dir ein Secret zeigen will. Oh nein, du hast einen Schrei. Fake-Schrei? Es kann sein Schummel vom Dach gefallen ist, weil er hat gerade eine Enderpelle geworfen. Äh... Ich weiß nicht. Es ist Schummel vom... Schummel? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, hier ist, äh... Julian. Und er hat eine Schießwaffe. Er schießt auf mich, er schießt auf mich! Es ist Julian! Es ist Julian! Ich kann... Nein. Äh... Ja, aber ich war doch schon tot! Ja, aber ich war doch schon tot! Das weiß ich doch nicht! Wissen wir doch nicht! Es war nicht das erste Mal, dass du... Was ist? Schummel, ich will dich jetzt mal zur Antwort umziehen. Warum ist meine Rogue-Rüstung nicht vollständig? Ich habe 30 hart erarbeitete Robine ausgegeben. Hart erarbeitet! Ich weiß es nicht! Ich war... Du kannst dir meine Enttäuschung vorstellen, als ich den Schutzstellen probieren wollte und er nicht funktionierte. Okay. Also... Schummel, ähm... Also... Oh mein Gott, ich hab so viel Cash. Aber... Ich will meinen Rogue-Helm! Okay? Ich will... Eigentlich ist das geil, ja. Ich will... Wenn ich das nächste Mal aufnehmen... Äh... Erwarte ich einen Rogue-Helm am Spawn habe. Ich würde mit Spawnen, okay? Äh... Das frage ich jetzt, okay? Und ich... Ich werde mit der Sense gespawnt. Nein! Und ich werde als Wolf gespawnt. Immer! Jede Runde. 100% Wolfschloss. Kannst du mir das mit der Einwand verwenden? Danke! So, ich habe jetzt ein Eisschwert. Juhu! Das Eisschwert ist... Qualität broken! Broken! Nice! Ich will... Ich will nicht unterbrechen, aber ich habe einen Schnitt gefunden, da steht Hashtag Ronja Duftet. Finde ich gut. Guck mal, hier wird eine wertvolle Message weitergegeben. Das kann ich nur unterstützen. Wirklich? Was denn? Mädchen... Mädchen stinken ja nicht. Mädchen stinken nicht. Klar, klar! Milch duften! Kommo! Ey! Schummel! Jetzt mal keinen Spaß, okay? Also ich weiß, wir hatten unsere Differenzen, aber kannst du, hast du gemacht, dass ich nie Wolf werde? Hast du das eingestellt? Äh... Ich wette, du hast eingestellt irgendwo... Äh... Wolf... Äh... Flo, ich gebe dir all mein Gold und all meine Emeralds. Du kannst dir gerne irgendwas kaufen davon. Ich bin wirklich nicht Wolf. Was ist das? Willst du? Wie viel brauchst du? Hier. Okay. Okay. Ich bin... Ich bin's nicht. Ich schwöre euch. Ihr könnt euch irgendwas kaufen, was gegen mich geht. Oder... Wieso traust du hier immer... Das ist... Du traust dir doch gerne... Mehr als mal alle testen. Ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Wir können auch zum Wolf-Tester gehen. Warte, ich geh testen. Hier, der ist doch direkt hier. Aktiv? Ey, der Test ist aktiv! Wow! Hey Schummel, du hast es endlich mal gefixt bekommen, dass es endlich mal klappt. Ey, das ist schon die ganze Zeit gepflegt. Glaubt ihr mir? Ey, Flo! Was? Das Lichtwahn! Nein, das Lichtwahn! Das Lichtwahn! Das Lichtwahn, Julian! Das Lichtwahn, Beronia! Lol! Das Lichtwahn! Wie hoch ist die Chance, dass wenn ein Schaf reingeht, dass es das Wolf erkannt wird? Wow, Flo, wow! Weiß ich gar nicht. Wow! Aber, ey, die Chance ist... 1, 8, 8, 8, 8, 8, 13 Prozent! Ich bin so unlucky! Ich bin gerade außerhalb. Ey, Ronja, sorry! Ronja, das Licht... Warte, warte mal ganz kurz. Ich wollte meine Unschuld beweisen, aber... Es geht nicht. Ha! Julian ist mit der Enderpelle gestorben! Okay, okay. Schummel, komm her. Schummel, es ist Tobes, es ist Tobes, es ist Tobes. Hä, wieso? Weil Ronja ist schon tot! Ronja ist tot! Der Wolf hat sogar gesagt, Tobes oder Ronja. Schummel, wir müssen uns verbünden. Schummel, schummel, schummel. Schummel, da gibt's keine Ausrede. Schummel, da gibt's keine Ausrede. Da gibt's wirklich keiner mehr. Der kommt nicht logisch nach! Der müsste das... Denkt doch mal ganz logisch nach! Nein! Schummel, 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 schummel. Ich geh testen, okay. Ich vertrau einfach keiner. Schummel, ich geh jetzt mehrmals testen, okay. Ich vertrau einfach keiner. Ich vertrau einfach keinem von euch. Ihr seid wirklich in euren Videos. Tupes wird diese komische Waffe haben, ich hab jetzt hier, warte mal. Ich hab jetzt hier... Ja, weil er ein schlechter Wolf ist, deswegen hat er die Runden getötet. Hey, warum soll ich mich denn freuen? Okay, warte ganz kurz. Mit Krämpfen, Krämpfen ist nicht erlaubt, ne? Ronja! 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 Oh, vielen, vielen Dank. Ronja! Das war so unlucky. Legit, ich wollte nur meine Unschuld beweisen. Und ich hab mich voll gewundert, warum. Komm her, bleib bei mir eins, weil ich weiß, du bist safe nicht. Okay, ja, Topps ist da, Topps ist da. Ey, nicht, nicht, hör auf, führe... Ist es? Nein! Ronja, ist einfach alles egal, wir wollen ja weiß nicht, was wie ein Topps ist. Ey, Ronja, eigentlich... Ich war's ja nicht, also... Aber, ey, gar nicht runter. Und ich bin schon wieder kein Wolf. Ey, schon mal, ich bin überzeugt davon, dass du mich irgendwie auf eine schwarze Liste gesetzt hast. Das Ding ist übrigens offline, der Tester. Ich bin übrigens überzeugt davon, ja. Was bist du? Überzeugt davon, dass du auf der Liste stehst. Äh, Topps hat gerade einfach meine Items genommen. Ich würd' sagen, Topps ist der Wolf. Es ist Ronja, es ist Ronja, es ist Ronja, glaube ich. Ich steh da, ich steh da und loot, ne? Ja, meine Items hat er genommen. Meine Items hat er gelootet. Er gibt's sogar zu! Bei mir ist Topps. Ich bin ein kurzer Fun-Fank in der Runde eben. Was? Ich geb gar nichts. Ey, Leute, Leute, wir müssen uns ausreden lassen. Ich bist deppart, ne. Schummel, sag du mal. Ey, du bist deppart. Ne, ich hab die, ich hab die Ronja gemacht. Du hast die Ronja gemacht? Hast du keinen Ton oder hast du keinen... Ich bin dann Game Mode 1 gegangen, als ich in den 2 schon war. Oh, nice. Oh, are you there? Äh, nein, nein! Passiert den besten. Ey, Leute, Leute, wenn ihr nicht wisst, was es heißt, den Ronja machen. Das wisst ihr gar nicht, ich hab das ja nie ver... äh, verdingst. Leute, den Ronja machen heißt, ihr nehmt auf, aber nehmt die Tonspuren der anderen mitspielt nicht auf. Bei zwei Folgen hintereinander. Ja. Oder, ihr seid doch im Slash Game Mode 1 und nehmt die Folge auch und kommt erst nach 10 Minuten drauf zu dem Game Mode sein. Und ihr Blöcke abbauen sollte auf einmal instantan alles kaputt gehen. Äh, Flo. Äh, du erinnerst dich doch an dieses, an dieses Foltergefängnis, ja? Oh Gott. Äh, ich bin hier drin gefangen. Können wir jemanden helfen? Ich bin in diesem Foltergefängnis. Ich hab mich mit einer Enderkerle in den Raum mit den Eisenkisten reingebackt, aber ich komm nicht mehr raus. Ich hab sogar eine Enderperle, aber ich hab jetzt immer nur Schaden gekriegt. Ja, Mann, ja. Kommt mit der Enderperle! Wirf dir direkt am Boden! Am Boden? Das war meine Letzte. Ich komm immer nur... Ich krieg immer nur Schaden und bleib hier drin. Also, das ist jetzt eine äußerst unvorteile auf die Situation für dich, würde ich mal sagen. Also... Also... Wer auch immer Wolf ist, muss jetzt zu mir hier rein. Darf ich jetzt eigentlich auch Werbung machen? Nicht, nicht gegen den Eingetag direkt auf den Pixel vor dem Eisenkisten. Auf den... Auf den Pixel vor? Ja. Lass uns mal den armen Schummel ausreden. Oh! Dankeschön! Oh mein Gott, vielen Dank! Okay, ganz ruhig. Aber dafür will ich... Hast du vier Rubies? Ich hab keine Rubies, aber ich kann dir Emeralds anbieten? Zwei Emeralds. Brauch ich in nirgendwo. Nee, ich war grad hinter dir schon mal. Okay, warte. Und jetzt kaufe ich mir nämlich in einem Bogen. Auf geht's! Okay, Ronja? Okay. Lasst uns mal in die Sonntagänge reiten und tobst. Okay? Ja. Da bin ich doch... Mensch, da musst du doch nicht zweimal was sagen. Also... Da bin ich doch immer mit... Da war jemand, da war jemand. Wo? Da vorne. Warum hab ich eigentlich Slowness for life... Hat das denn einen geschnittenen Grund? Schon mal? Sie ist einfach total beunruhigend, dass die beiden einfach... Egal, was da sind, ob so scharf oder... Ja, also ich hab nicht den Effekt Slowness, aber... Ich bin langsam irgendwie... Du bist einfach langsam. Vielleicht bist du einfach nur so langsam. Vielleicht bist du einfach nur so... Vielleicht bist du einfach nur so... Hast du darüber mal nachgedacht? Sag nicht von dir. Sag doch direkt lang schon im Kopf. Sag doch direkt lang schon im Kopf. Ja, okay, das... Das verneinig ich schon mal gerne. Au! Ich krieg auch Damage. Ja, Tops, das war... Das war... Das war... Frame Damage mit YouTube. Huiiii! Ähm... Kurz mal eben so... Für die, die Leute... Noch vier Minuten. Vier tschüss! Ey Leute, Schummel will was ankündigen, Leute. Schummel will was ankündigen. Jetzt kommt sein neuer Song. Ich will was ankündigen, aber ich kann mal... Sie sehen, Leute, wenn ich mal so eine Erklärung zu Wolfen mache, wie man das... Ja, ey Leute! Abonniert mal schummel-8 auf YouTube. Äh, der hat... Äh, au, au, au... Äh... Ich brauch 5 Gold für den Weapon Case. Ey, der macht die besten Adventure Web Installation Tutorials der ganze Welt, okay? Ich hab's ne einziges Video, gell? Ja, das ist mein einziges Video. Ey Leute, also wenn ihr Bock überhaupt zu verstehen, wie Wolfen funktioniert und so... Schummel, beide macht er demnächst Tutorials. Genau der Kerner. Und wenn er die nicht macht, dann dürft ihr ihn, äh, keine Ahnung, dann dürft ihr ihm eine Watschen geben. Was? Ein, was? Watschen! Was ist denn das? Eine, eine Schelle, sagt man das in Deutsch und so? Okay. Oh ja, das hat man in der 5. Klasse gesagt. Ja, ja, ich glaub, das ist das Synonym dafür in Österreich, ist verarschen. Äh, äh, ich hab übrigens noch ein OP festgestellt gefunden. Okay. Das hast du aber gut gefunden. Okay, alles klar, Schummel. Äh, ich würde mal sagen, Schummel wird gebannt. Schummel, würde ich sagen, ist vom Namen her einfach schon ein dreckiger Schummel. Ich würd mal sagen, Schummel ist der Wolf, weil, oder Julian. Ich glaub auch. Also, ich komm in die Mitte. Drei Minuten noch? Hier wirklich Schummel, warum sind die Runden zu lang? Ich hab Wolfsucher, Wolfsucher aktiviert. Okay. Entweder ist es Syriana oder Ronja. Es ist Ronja, ist Ronja, glaub ich. Bei mir war grad so ein Effekt. Ich hab auch, ich hab auch, ich hab auch, Ronja hat. Es ist Ronja, Ronja hat mich grad, Ronja hat mich gedingst. Hä, ich hab überhaupt nichts gemacht. Hä, ich hab dich überhaupt nicht riesig gemacht. Hä, ich hab dich überhaupt nicht riesig gemacht. Ah, ich bin angegriffen. Nein! Nein! Ich wusste es. Okay. Ja. Guck mich an. Ja. Wo sind eigentlich die anderen beiden? Sind die jetzt schon losgezogen? Irgendwie, übrigens Topics ist verdächtig, ruhig. Ich hab übrigens, ich bin kein Wolf. Ich glaub, er hat Julian gekillt. Hey, Julian läuft mit seinen Velocity. Julian läuft mit seinen Velocity-Effekten her. Er hat immer noch einen Effekt. Er hat wirklich Velocity. Velocity kann man halt auch nicht pieren, ne? Das ist halt so... Das ist halt unlucky. Dafür stirbt der bald einfach an Wither, oder? Und dann respawnst du mit Wither. Es ist Schummel. Schummel ist der Wolf. Nein, ich bin ein Schaf. Ich glaub, Topics ist der Wolf. Ich glaub, es ist Flo. Ich glaub, es ist Flo. Weil Flo... Flo ist richtig aggressiv. Ja. Ich wehr gern Wolf. Ich sag's nur mal so. Du bist ein Schaf. Schummel. Okay Flo, was hält der davon, wenn ich dich jetzt da töte? Dann töte mich doch! Aua! Irgendwo! Hä? Ich hab... Ich hab... In 5 Emeralds hab ich einen Wolfsuche. Also... Ich muss mal sagen, dass meine Klaupte ist nicht ganz klein. Komm, komm zur Mitte. Ich geb dir die 5 Emeralds. Okay, warte. Was? Ich muss nur den Weg finden zur Mitte. Dann bin ich in der Sekunde da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin in der Mitte. Jürgen. 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 Das müssen sie 5 sein. Jürgen. Jürgen. Wolfssucher. Jürgen. Hast du Dings? Gold oder irgendwas für mich? Flo oder Schummel? Flo oder Schummel? Ich bin... Schummel. Schummel. Doch, 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 doch. Schummel ist von angegriffen. Schummel ist von angegriffen. Ich bin's nicht. Aber... Geben wir mal ganz logisch nach. Ey, warte mal... Du jedes Mal, wenn du selber der Wolf bist, fängst du an mit Denken wir mal ganz logisch nach. Wer hat den Wolf zurückgekauft? Wer hat den Wolf zurückgekauft? Ich? Denk mal nach. Flo hat gesagt, als ich gesagt hab, Flo hat mich an, dass du direkt gesagt hast, Schummel ist der Wolf. Ey, das sag ich bei jedem. Ja. Das sag ich ja wirklich bei jedem. Ich glaubst, da hast du nicht gut logisch nachgedacht. Der Wolf. Der böse Wolf. Ich bin... Ich bin jede Runde, nämlich Wolf. Warte mal, hast du Gold? Hast du Gold? Hast du Gold? Ja. Was brauchst du? Warte mal. Ich möchte ein Lebensretter holen, da könnte ich nämlich Flo retten. Wie viel brauchst du denn? Warte, wie viel braucht man für so'n... Wo sind die Geheimgänge? 20. Ich hab noch keine 20. Ich will nämlich mal schauen, ob die, äh, wir erst noch mal gleich? Warte. Warte, warte. Ich will mal schauen, ob die andere Rüstum, die, äh, wir erst noch mal gleich? Äh, 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 nicht Happy Beauty. Die, äh, Argon Rüstum. Ob die funktioniert? Die funktioniert auf jeden Fall, ja wirklich nicht. Ja, das hört auf mich zu schlagen! Blut, Blut, blut. So, jetzt ist die Frage... wie gehen wir jetzt vor wirklich ich habe ein stück gefunden das aus den das schild ich bin friedlich am gluten das ding ist nämlich wenn ich überwache das ganze töte floh töte floh ich bin ich bin ich bin diesmal ausnahmsweise safe das floh ja okay vergess es von jahr wollen ja ja ich wollte nur ich wollte ich will nur mal sagen dass es jetzt immer einen bösen plan hatte okay ich vertraue und jobs diese runde ich weiß es ist selten normalerweise sage ich vertraute trotzdem nicht und töte ihn aus prinzip aber ihr werdet mich hier nicht finden ich habe echt angst ja komm her ich bin in der mitte mit nein nein ich bin ich nicht damit gehe ich die mitte aber warum würdest du mit schummel ziehen wenn du nicht der wolf bist warum würdest du freiwillig mit dem wald oder die sagen gutes kann ich mir jetzt irgendwas sinnvolles kaufen langsamer das fragen wir uns alle ich habe ein net blade was auch immer das macht 9 damage ist guter kleiner bruder er weiß sein bruder als wolf deswegen versucht er eben die konkurrenz auszuschalten und ich glaube das hat julian ruther julian blinkt die ganze ist halt droht ja ich bin es nicht bist du dir so sicher was war das denn gerade ich weiß 100% safe ist nicht ja das war julian das war julian oh mein gott ich brauche nur drei emeralds den rest darfst du nehmen was denn da wurde gerade gecliert warum kann ich nur einen trank des lebens holen das ist nämlich der negative effekt des randomizers man kann das ganze in den beteil gecliert bekommen hä lebe schummel jetzt noch ne malaki, ne malaki äh warte tops hast du genug gold um nochmal einen trank des lebens zu holen ne man kann sich nur einen holen man kann sich nur einen holen in der runde ich kann euch schon mal nur sagen ich bin es nicht weil wenn ich es wäre dann wüsste ich ja dass ich es bin ah flawless logic hä das stimmt doch das ding ist schummel kann es halt eigentlich auch sein wir können eigentlich nicht fest sagen dass es flow ist tatsächlich ja aber ich möchte ich möchte auch ich weiß du willst flow brennen sehen aber ich glaube tatsächlich es kann genauso schummel sein wenn schummel sich jetzt nicht so wirklich dazu geäußert hat und wenn er nicht der wolf weißt du wenn er scharf wäre hätte er ja mehr geputscht dass es flow wirklich ist oder versucht flow zu töten hat er aber nicht was was oh dann ist es flow ok dann geben wir jetzt flow okay oh mein gott komm her auf flow nein nein komm doch nicht her ah tops wie ist es denn wie ist es tops mit dieser dummen waffen in griff zu werden und nichts mit ihm zu tun können zurecht das jawoll gott gewonnen Leute das war 3 ohne die kurse das war schauspiel kunst hoch 10 und ich will mir sagen schauspiel god wenn das mal kein like verdient Leute das war es bis zum nächsten mal ich glaube das kann man nicht mehr toppen Leute lasst einen like da für den besten Wolf der Welt haut rein und ciao Leute hier 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 Untertitelung des ZDF, 2020